Also jetzt bleib mal schön auf dem Teppich. Ich habe auch meine Verpflichtungen, davon kannst du ausgehen. Usagi-Drop? Usagi-Drop. Usagi-Drop. Aha. Ja, spreche ich die Satchiko. Satchiko. Und du bist ja auch wirklich sicher, Schatz? Hast du nachgesehen? Hallo. Hallo, ich bin die Dagmar. Ja. Ich spreche in der Serie Usagi-Drop. Die Satchiko. Außerdem hast du doch gar keine Ahnung davon, was es bedeutet, ein Kind groß zu ziehen. Ich habe schon genug mit dir und deiner Schwester zu tun gehabt. Etwas Ruhe habe ich wohl verdient. Meine Stimme ist vielleicht einigen von euch bekannt von Meryl Streep. Die spreche ich seit 25 Jahren. Da bin ich ganz stolz drauf. Aber ich liebe es auch, Trickfilme zu sprechen, weil man da so viel spielen kann und die Stimme verändern kann und ganz was anderes machen kann. Hast du vorher schon mal Anime gesprochen? Ja, ja. Verschiedene. Also ich wüsste das jetzt nicht aus dem Kopf zu sagen, welche, aber verschiedene Tiere und... Was soll der Unsinn, Daiki? Hast du sie noch alle? Ja, macht dir Anime Spaß? Ja, ja. Vor allem eingebettet, das habe ich vorhin gerade gesagt, in fünf Männer hier. Das hat so einen Spaß gemacht. Ich bin richtig gut empfangen worden und aufgehoben gewesen. Schön. Dann danken wir dir, dass du dabei bist bei ESAGEDROP. Ja, danke. Gerne. Und ja, freuen uns auf alles, was wir noch von dir bekommen. Genau. Ich auch. Gut. Ciao, bis bald. Bis bald. Vielen Dank.